der weltraum unendliche weiten ich glaube jeder von uns hat mal davon geträumt ins weltall zu fliegen und die erde von oben zu betrachten immer noch stellt uns das universum vor große rätsel und eines der merkwürdigsten und geheimnisvollsten objekte sind wohl die schwarzen löcher lange waren sie ein mysterium mittlerweile sind wir ein bisschen hinter ihre geheimnisse gekommen letztes jahr zum beispiel hat das erste foto von einem schwarzen loch die runde gemacht über die forschung an schwarzen löchern wollen wir heute mal ein bisschen genauer sprechen und da haben wir einen der top experten zu schwarzen löchern befragt nämlich einen der diesjährigen physik nobelpreisträger reinhard genzel das forschungsquartett wissenschaft bei detektor fm in kooperation mit der max-plank-gesellschaft dieses jahr geht der nobelpreis in physik an drei forscher innen die us-amerikanerin andrea guess an den britischen forscher roger penrose und an den deutschen forscher reinhard genzel die drei bekommen den preis für ihre forschung an schwarzen löchern und die herausforderung bei dieser forschung ist anders als zum beispiel bei mars oder bei der erde kann man nicht einfach so zu einem schwarzen loch hinfliegen und mal anfangen schnell rum zu forschen es ist erstens viel zu weit weg und die krasse schwerkraft würde auch alles einsaugen was sich dem schwarzen loch nähert wie dann überhaupt die geheimnisse der schwarzen löcher gelüftet werden konnten das hat meine kollegin esther stefan rausgefunden hi esther hey der nobelpreis in physik geht dieses jahr an die forschung zu schwarzen löchern also zum zweiten mal in folge an die astrophysik denn letztes jahr gab es den physik nobelpreis für die forschung zum universum seiner struktur und geschichte und jetzt dieses jahr für die forschung an schwarzen löchern das kam ja eigentlich ziemlich überraschend oder ja das war tatsächlich eine doppelte überraschung eigentlich also zum einen geht der preis tatsächlich gar nicht so häufig an die astronomie das liegt an dem testament von alfred nobel das sieht nämlich einen preis für physik vor aber eben nicht für astronomie die andere überraschung die hat mir reinhard genzel verraten der ist nämlich einer der preisträger in diesem jahr er arbeitet in garching das ist in der nähe von münchen und da ist er direktor am max-plank-institut für extraterrestrische physik ich habe mit ihm vor einer woche telefoniert da durfte er den preis dann auch schon mal eine woche lang sacken lassen und natürlich musste ich ihn aber trotzdem fragen ob er das jetzt überhaupt schon begriffen hat also dass er jetzt einfach nobelpreisträger ist ja naja schon es ist jetzt über eine woche her aber man schafft natürlich jetzt sehr viel es ist viel zu tun insoweit so ganz viel drüber nachzudenken kann ich noch nicht aber es ist toll jetzt bekommt man mit dem nobelpreis ja nicht einfach nur ruhm ehre und eine medaille sondern auch ganz schön viel geld nämlich umgerechnet circa 800.000 euro das geld teilt sich ergänzt zwar mit seinen beiden kolleginnen aber trotzdem bleibt für jeden jahr ganz schön viel übrig was macht er denn mit diesem vielen geld ja da ist total entspannt also seine antwort auf meine frage ob er denn schon einen plan hat für die ganze kohle hatte super lässig beantwortet nee das habe ich also wirklich nicht getan ich hatte ja schon mal mehrfach die gelegenheit solche tollen preise zu bekommen nicht von der qualität aber auch von der geldmenge schon das werde ich dann sehen wenn ich also in der zeit darüber vergangen ist ja ich fand es echt total beeindruckend also wie entspannt er damit umgegangen ist dass er jetzt so erstens einfach mal so viel geld auf dem konto hat und dann eben auch einfach den renommiertesten wissenschaftspreis abgesahnt hat gleichzeitig habe ich aber eher auch das gefühl dass es ihm natürlich spaß macht über seine forschung zu sprechen aber ansonsten klang er halt auch einfach nicht mehr so aufgeregt und schon ein bisschen entspannter ich habe sowieso immer den eindruck dass die welt oder wir alle ist aufregender und spannender finden wenn jemand den nobelpreis bekommt als dann tatsächlich die gewinnerinnen oder gewinner ich habe das gefühl die wollen sich halt irgendwie doch dann eher wieder ihrer forschung widmen und manchmal ist es glaube ich auch ganz schön überwältigend wenn man dann in so einen medien ruhm auch kommt und so viele interviews geben muss na zu man ja glaube ich in seiner forschung auch einfach echt schon so eine art homie ist also er hat halt einfach auch schon richtig viele preise bekommen jetzt gehen wir mal vom nobelpreis weg hin zu dieser forschung ich weiß bis jetzt nur dass sie den preis bekommen haben für ihre forschung an schwarzen löchern und dass sie da ziemlich was cooles rausgefunden haben was war das denn genau also im grunde haben sie den beweis geliefert dass es ein schwarzes loch im zentrum der milchstraße gibt das war tatsächlich erst in den 90er jahren also noch gar nicht so lange her und die idee dass es schwarze löcher geben muss das ist schon recht alt die taucht nämlich in der relativitätstheorie von albert einstein auf nur man konnte es halt nie beweisen und einstein selbst hat auch bezweifelt dass es diese schwarzen löcher gibt man kann ja auch nicht einfach so mit dem feldstecher mal angucken weil die halt super weit weg sind und schwarz sind ja ich finde das phänomen schwarzes loch ist auch total geheimnisvoll also ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen ich finde es zwar super faszinierend und habe bestimmt auch schon weil sie nicht drei vier mal gegoogelt was denn überhaupt ein schwarzes loch ist uns dann aber nie so richtig verstanden und dann auch direkt wieder vergessen das ist dann so ein jahr später wieder gegoogelt habe und ja letztes jahr wurde ja dann zum allerersten mal dieses bild von dem schwarzen noch aufgenommen das fand ich dann auch schon spannend aber so richtig viel hat man jetzt auch nicht gesehen nur so einen schwarzen punkt mit orangenen umriss ein bisschen wie so ein donut hat mir jetzt aber auch nicht so viel geholfen das prinzip schwarzes loch zu verstehen deswegen kannst du noch mal für uns nicht astrophysikerinnen und physiker erklären was denn jetzt überhaupt ein schwarzes loch ist ja da hatte ich ja natürlich auch den besten ansprechpartner ich bin nämlich auch keine astrophysikerin und ich habe ihn dann auch erst mal noch mal gefragt ob er mir das vielleicht noch mal erklären kann damit ich auch noch mal sicher sein kann ob ich es wirklich richtig begriffen habe erstmal so vorab schwarze löcher haben halt super viel mit materie zu tun das sind alle dinge die eine masse haben also die man anfassen kann die man wiegen kann vor allem also so ein stein zum beispiel oder auch wasser aber immer luft und gas und ein schwarzes loch das besteht eben auch aus materie wenn sie so wollen durchaus relativ einfach zu verstehen also sie stellen sich als erstes mal die erde vor wenn wir hoch springen dann macht das mühe und wir kommen nicht weit das ist schwerkraft nicht wahr und um also von der erde wegzukommen müssen wir eine rakete nehmen die mit erheblicher geschwindigkeit 40.000 kilometer pro stunde oder was auch immer hochgeschossen wird damit sie aus dem erdschwere feld rauskommen kann so und wenn man jetzt sich diese schwerkraft anschaut dann ist die umso stärker je größer die masse ist aber auch umso größer je kleiner das objekt ist das heißt also ich kann zum beispiel jetzt die erde hernehmen und sie in gedanken immer kleiner machen dann muss die rakete die ich da rausschicken will immer schneller fliegen und wenn ich jetzt in gedanken die erde auf ein zentimeter ein zentimeter durchmesser zusammen drücken würde dann hat die geschwindigkeit dieser rakete ist lichtgeschwindigkeit das geht nicht die lichtgeschwindigkeit ist sozusagen das wissen wir empirisch aus vielen experimenten sozusagen die geschwindigkeitsbeschränkung die oberste die ihm im universum möglich ist das heißt das licht kann nicht mehr raus ich komme diese was wir jetzt schwarz nennen ja sein objekt was innerhalb des schwarzen lots ist kann nicht nach außen kommunizieren oder auch selbst wieder rauskommen also je mehr masse etwas hat desto größer ist die gravitation also die anziehungskraft aber viel masse muss eben nicht bedeuten dass etwas auch groß ist wenn man sich zum beispiel eine kugel aus blei vorstellt und dagegen eine genauso große kugel aus baumwolle zum beispiel dann kann man das glaube ich ganz gut verstehen wenn ich jetzt aber diese kugel blei nehmen und die immer mehr verkleinere dann bleibt die masse theoretisch gleich oder dieses baumwoll knoll zusammendrücken da geht es vielleicht sogar noch besser die gravitation ist aber viel viel stärker obwohl die masse gleich bleibt und je mehr gravitation etwas hat desto mehr energie muss sich aufwenden um mich davon zu entfernen das hat er gänze mit dieser rakete beschrieben die eben immer schneller fliegen muss je kleiner wir in gedanken unsere erde machen das bedeutet aber auch je kleiner und massereicher etwas ist desto schwieriger wird es überhaupt dieser gravitation zu entkommen und ab einem bestimmten punkt wird dann eben alles einfach nur noch angezogen auch licht und deswegen sieht man ja schwarze löcher auch nicht oder weil das licht komplett verschluckt wird genau also ein schwarzes loch ich was ist noch mal zusammen ist eine kleine ansammlung von masse die eine total hohe gravitation also anziehungskraft hat das heißt wenn das schwarze loch so eine hohe anziehungskraft hat da müsste ja auch eigentlich super viel kram in diesem schwarzen loch sein oder an der stelle wird tatsächlich ein bisschen tricky weil halt diese gravitation so hoch ist dass man eben nicht einfach mal eine sonne dahin schicken kann du hast es in der anmoderation schon gesagt also versucht man das ein bisschen zu umgehen und mehr mit messungen zu arbeiten die so drumherum um das schwarze loch gehen wenn man jetzt nach außen in signale schickt dass die signale immer diese immer schneller immer mehr energie verlieren das ist also die rot verschiebung und gleichzeitig gibt es dann einen punkt jenseits dessen man eben nicht mehr umkehren kann weil die geschwindigkeit der rakete jetzt die lichtgeschwindigkeit geworden ist und das ist der ereignishorizont und dann hält diese rakete nichts mehr auf also auch man ist jetzt innerhalb des schwarzen lochs innerhalb des heikers und kann aber nicht mehr umdrehen und fliegt dann unweigerlich in endlicher zeit auf einen punkt zu und letztendlich ist in diesem punkt alle masse des schwarzen lochs weint das wiederum ist etwas was wir als physiker bezweifeln dass das richtig ist denn die quantenphänomene die auch in der gravitation sicherlich eine rolle spielen müssen diesen punkt irgendwie aufschmieren wir wissen noch nicht wie und es wird auch sehr schwer sein dieses phänomen so empirisch zu beobachten wie ich gesagt habe wir können da nicht hinfliegen oder wir können keine informationen bekommen aber es muss so sein deshalb ist die allgemeine relativitätstheorie in dem sinne ein unvollendetes bauwerk das sicherlich richtig ist in bestimmten bereichen aber irgendwo mal dann auch nicht mehr richtig sein kann und das ist auch ein einer der vielen antriebe warum viele viele physiker mit verschiedenen methoden gravitationswellen und unsere elektromagnetischen wellen die wir benutzen sowohl im radiobereich wie im infrarot bereich versuchen jetzt an diese objekte immer näher heranzukommen um möglicherweise abweichungen zu sehen also um das jetzt noch mal in kurzform zusammenzufassen wenn jetzt zum beispiel ein stern an einem schwarzen loch vorbeisaust und wir stellen uns vor dass wir dabei von hier aus mit instrumenten in richtung des schwarzen lochs schauen dann sehen wir dass der stern roter zu werden scheint weil das licht gegen die gravitation von dem schwarzen loch ankämpfen muss und sich dabei sein farbspektrum quasi aufteilt bei uns sieht es dann so aus als wäre der stern roter und das ist die sogenannte gravitations rot verschiebung und mit solchen messungen oder eben auch indem man die gravitationswellen misst kann man doch schwarze löcher erforschen eben indirekt und mit diesen messungen oder für diese messungen haben dann auch herr genze und die beiden anderen den nobelpreis bekommen oder war das noch mal eine andere entdeckung ja nicht so ganz also der preis ist tatsächlich mehr so eine art nobelpreis fürs lebenswerk wie er mir erzählt hat ja wir haben uns der schon länger bestehenden frage gewidmet wie ob in den zentren von milchstraßensystemen massive schwarze löcher existieren die frage gibt es liegt seit 50 jahren auf dem tisch nach der entdeckung der sogenannten quasi aber und behauptet das zentrum unserer milchstraße sozusagen als labor verwendet um dieser frage immer tiefer nachzugehen also das fing in den 80er jahren an war also keine sache wo man auf einmal das ergebnis hatte sondern es wurde sozusagen über die jahre hinweg besser wobei jede phase typischerweise fünf sechs sieben acht jahre gedauert hatte weil wir benutzen die bewegung am himmel und spekt in der spektroskopie von gras und stern und das sind also lange prozesse die passieren nicht über nacht sozusagen und insbesondere in den letzten 20 jahren war das eben die beobachtung der der bahn wirklich der der bahn eines sternes der 16 jahrelang sozusagen reist und dann diese bahn genau zu vermessen und jetzt im letzten schritt sogar zu zeigen dass diese bahn nicht mit der newton theorie vereinbar ist also wirklich die effekte der allgemeinen relativitätstheorie an diese an dieser bahn sehen zu können okay er sagt jetzt dass es nicht mit newton vereinbar ist aber die theorien beziehungsweise die gesetze von newton zur schwerkraft die sind ja eigentlich so mit einer der wichtigsten grundlagen in der physik was ist denn da jetzt nicht vereinbar das ist ja irgendwie muss man sich ja schon mal gedanken machen ja das auch ich saß da im interview mit Herrn gänsel und wenn das moment bitte was also newton ja ich war halt auch genauso überrascht als diese antwort kam dann habe ich ihn halt noch mal gefragt was er da jetzt eigentlich gerade gesagt hat was er da gemeint hat nun nun die newton schütte in der newton theorie ist es so dass das licht selber von der gravitation nicht beeinflusst wird ja die kraft die schwerkraft geht nur von körpern mit masse und licht hat keine masse dagegen der allgemeinen relativitätstheorie ist die sozusagen was was wir als kraft empfinden ist eine raumkrümmung und diese raumkrümmung betrifft auch die lichtstrahlen also wir merken dass die forschung an schwarzen löchern einfach noch total viel zeit und raum braucht in der wissenschaft damit die menschheit eben noch besser verstehen kann wie die physik eines schwarzen lochs ist also dass eben ein schwarzes loch entgegen newton auch licht anzieht aber wir haben das ja letztes jahr zum beispiel auch schon an diesem ersten bild diesem donut bild gesehen und da gibt es jetzt einfach auch noch total viel zu entdecken gleichzeitig wirft dieses bild zum beispiel auch immer noch neue fragen auf die nur mit mehr forschung beantwortet werden können wir brauchen mehr forschung wir brauchen immer mehr forschung und wer weiß vielleicht kann man irgendwann wirklich zu einem schwarzen loch auch reisen im weltraum und das ist ja nicht ob man das so gerne will auch verschluckt werden möchte ich jetzt nicht unbedingt von einem schwarzen loch der nobelpreis in der kategorie physik ging dieses jahr an drei astrophysiker innen für ihre forschung an schwarzen löchern wir haben uns das phänomen schwarzes loch mal ein bisschen genauer angeschaut und zur seite stand uns einer der nobelpreisträger himself nämlich der deutsche physiker reinhard genzel falls ihr mehr aus der aktuellen wissenschaft und forschung hören wollt dann findet ihr das hier jede woche im forschungsquartett und abonnieren könnt ihr uns auf der podcast plattform eurer wahl kritik und feedback könnt ihr an forschungsquartett at detektor punkt fm schreiben oder in die kommentare bei apple podcasts ich bin jura koch und hier bei mir war heute meine kollegin esther stefan bis bald das forschungsquartett wissenschaft bei detektor fm in kooperation mit der max-plank-gesellschaft so 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 Vielen Dank.